Schadenersatzforderungen sind für Inhaber von Unternehmen unkalkulierbare Risiken. Der Kfz-Mechaniker hat im Verkaufsraum eines Autohauses Schmieröl verschüttet. Ein Kunde rutscht darauf aus und zerstört sich seinen neuen Maßanzug. Diese Forderung möchte er vom Geschäftsführer des Autohauses ersetzt bekommen. Mit einer guten Betriebshaftpflichtversicherung muss man sich da keine Sorgen machen, weil diese für den Schaden aufkommt. Einfach. Klar. Helvetia.